herzliches grüß gott auf meinem kanal ganz kurze info zu liquid fläschchen hier gibt es ovale die haben hier eine schutzkappe die ist immer ein bisschen schwer aber sie hält auch sicher die rastet hier ein und ist somit aus 25 milliliter und was mir sehr gut gefällt durch das flache teil wenn man zum schluss bei den normalen herkömmlichen liquid fläschchen hat man immer so stark am rand drücken müssen dass man den rest raus bringt super ich muss das sowieso ein bisschen opfern also ihr habt die schutzkappe ihr habt einen wunderschönen drehverschluss hier groß und griffig und geriffelt und habt einen großen durchmesser das heißt ihr könnt auch einen trichter drauf stellen was bei den anderen immer nicht so geht und ihr könnt wenn mal umfüllt oder liquid selber mischt ist wunderbar machen kosten zehn stück um die fünf euro müsst ihr bei google eingeben liquid fläschchen oder liquid flasche oval dann gibt es einen shop ich weiß jetzt nicht wie er heißt ich werde ihn auch nicht nennen mir gefällt es sehr gut denn ich brauche wenn ich tröpfle nicht drücken kann hier wunderbar tröpfeln lassen und beim tank auffüllen brauche ich nur wirklich leichten druck gehen und dann kann ich nicht also nicht so bei den anderen oft so stark drücken umher und hat eine relativ dünne spitze ich finde es ist mal was anders und mir gefällt es jetzt sehr gut ich habe jetzt mal zwei heute schon den ganzen tag getröpfelt und tanks befüllt und so und es ist eine sehr schöne sache was mir gefällt weil ich ja selber auch mische wenn ich mein basis liquid rein tue bei den anderen fläschchen habe ich auch den kleinsten trichter der hat immer luft nicht abgeschlossen habe ich immer anheben müssen es war immer eine sauerei bei denen hier trichtereien es bleibt draußen genügend luft dass die luft entweichen kann und ich kann wunderschön befüllen nur kleine info gibt es in einem online shop bei google eingeben liquid flasche leerzeichen oval oder liquid fläschchen oval dann kommt dieser shop auf der ersten suchseite das war schon wieder eine ganz kurze info ciao ciao